Finde ich die ganz cool aus, wenn da drunter das mit Stein-Zivil weitergeht. Kann man durchaus gut ein Gewissens so machen, ja. So! Dann brauche ich hier ja, es ist ja auch schon fast ein Turm geworden hier. Aber es ist ein Ei und kein Kreis, aber ein bisschen davon. Schon nicht schlecht. Könnte hier auch vielleicht noch ein tatsächliches Türmchen draufbauen. Okay, was mache ich auch, dass hier ein Türmchen draufkommt, um hier was Höheres zu haben, einfach an der Stelle. Natürlich, da ist was Höheres. Da hätte ich auch was Höheres. Das da müsste ich vielleicht auch noch höher bauen, dann in dem Kontext. Einen Turm daraus machen. Weil da ja auch direkt nach draußen alles geht und so weiter. Das ist nicht so wichtig. Weil da drüben dann das Schloss, weil das sowieso alles ein bisschen höher ist. Das da hätte auch schon sinnvoll ein bisschen höher zu machen, tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke. Dann würde dieser Bau doch noch ein bisschen länger dauern hier. Wenn ich das zum größeren Turm machen möchte. Was ich als sinnig ansehen würde. Doch, doch. Erster vielleicht, das Fleisch in die Lava schmeißen, weil das will keiner. Schmeckte ekelhaft. Gammelfleisch will keiner, ist bekannt. Zack. Ja, ich bräuchte zwar nur vier, aber ich nehme auch sechs Notfalls. So. Habe ich noch mal Steine dabei? Ich bin der Meinung, dass ja. Oh, ich bin auch an... Die sieht hier, das gibt es ja gar nicht. So. Hier haben wir vier Knöpfe. Kennen wir ja alle schon. Lalalalala. So. Zoom. Äh, reicht das schon. So, davon auch vier. Vier. Jawohl. Zack. Damit wäre das erledigt. Jetzt fehlen nur noch die ganzen... Ja, zumindest hier sollte ich eben wirklich noch Eisenstiebe nehmen. Ich werde doch dabei bleiben, tatsächlich insgesamt. Gitterstiebe. Könnten 16 reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, eher nicht. Bam, 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 bam. Ich meine, ich muss halt finden, dass sie da durchkommen. Aktuell noch. Wenn ich hier Mauer da auch nicht komplett durchziehe. Sondern eben bloß bis zum Wasser mache. Das ist ja auch nicht insgesamt komplett sicher. Und da muss erst recht hier was drin sein. So bleiben wir mit den Gittern dran. Was soll's. So. Ich auch alles voll geht. Dann sieht das nicht symmetrisch aus. Auch das ist ein No-Go. Ein absolutes No-Go. So. Beißt schon ja übertrieben aus, die jetzt tatsächlich. Aber wie gesagt, Sicherheit geht vor. Ich würde gern Fenster haben, also muss ich damit eben leben. Jetzt brauche ich nur noch... Glas. Ich würde erst... Moment, warte kurz. Äh, hopp, hopp, hopp. Das weg. Kann, glaube ich, auch erst mal weg. Die Lupe kann auch weg. Die Leute müssten auch weg können. Ich bleibe mir noch ein Klopfen davon da. Zu viel davon habe ich dabei. Und... Ähm... Ja, das bräuchte ich nur Färbemittel. Weil ich habe hier einiges an... Ob ich's muss gelagert? In der ersten Kiste vorne. Einiges an Tittensäcken gesammelt gab die letzten Male. Und die letzten Folgen über. Oder die letzten... Ach, keine Ahnung. Irgendwann und so weiter. Daher habe ich ja genug zum Pferd. Auf jeden Fall. Das so rum. Ja. Lalalalalala. Ach, da ich das schon völlig. Oh ja, bloß... Tatsächlich weniger ist das. Die Frage... Ach, man. Die Frage ist auch, ob ich das vielleicht nehme. Jetzt mal weg damit. Das ist klar. Da muss... Das große Dingens hin. Hoppala. Das ist selbstverständlich. Sieht man, dass wir kaum noch einmal ein paar Zolls. Aber hierfür könnte ich ja theoretisch auch noch das machen. Hm. Das sieht cooler aus, oder? Ja. Ja, das ist weg. Da wäre vielleicht tatsächlich... Durchsichtiges, normales Glas besser. Aber das hier irgendwie nicht so... Lassen wir es so. So. Und wieder weg mit dem Zeug. Und wieder zurück. Wusch. So. Fehlt doch erstmal jetzt da oben... Das Stopfungszeug. Nimm mal einfach das für. Sagen ja, ne? Lalalala. Dam, dam, dam. Das ist auch hier welche stattdiche Erfolge eben das Ganze ein höher wirken zu lassen. Das wird ganz nett so insgesamt. Lalalala. Aber jetzt fiel mir auch langsam, würde ich sicher in meiner Stadt. Weil hier nichts mehr kommen darf. Moment, kann ich das... So hinkriegen? Äh. Entschuldigung. Nee. Machst keine Biegung. Schade. Also da kann ich keinen Dreier draus machen. Wobei es auch doof wäre, weil der sowieso nicht so ist. Aber... Wäre trotzdem... Interessant geworden vielleicht. Eventuell. Dam, Mist. La, 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 la. So. Soweit, so gut. Dam, dam, dam. Jetzt könnte man... Von... Erstmal nämlich... Habe ich gar nicht dabei. Hm, hm. Ah, ist er weit weg. Mist. Haben wir nicht mehr einen guten Run, leider. Boah, passen wir als das. Was soll denn das? Komm. So, 666. Perfekt. Und... Hierfür auch noch ein paar, bitte. Flop. So, da rein. Jetzt ziehen wir den durch. La, 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 la. Ich glaube, diese hier mache ich dann natürlich so. Weil es einfach geht. Weil es einfach einen anderen, coolen Eindruck hat. Da fällt mir ein, könnte ich hier wieder Glas machen. Wie auch da drüben auch. Eigentlich, oder? Zwei Glas stillen. Für ein bisschen shiny, shiny von oben. Dam, 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 dam. So, ich lasse gerade bewusst ein bisschen Platz an der Mitte für noch mehr Glas. Die ganzen Boden aus Glas machen vielleicht, oder wäre es zu übertrieben? Eigentlich ist es ganz nett mal da oben. Wobei es sowieso nicht hell bleiben würde, weil da oben da ja ein Turm raufkommt. Fällt mir gerade so auf. Es sei denn, ich würde auch da oben weiter mit Glas arbeiten. Weil an sich ist es ganz nett so. Ist so ein bisschen durchschimmer, schimmer. Finde ich sehr cool. Den Turm selbst. Weiß gar nicht, ob ich auf den Turm selbst mal hier das Ganze kleiner mache. Würde die an sich reichen. Also, ich überlege gerade ganz kurz. Ah, ein bisschen Dreck, jawohl. So ein Turm würde ja heißen. Ach, schon mal schlecht, weil hier der die... Dass es jetzt keinen Mittelpunkt hat. Für eine Wendeltreppe. Müsst ihr also hier rumgehen, die Wendeltreppe. Und diese 1, 2, 3... Ah... Ein bisschen ungerade. Hat jetzt einen doppelten Mittelpunkt hier. Das heißt... Hier würde die Treppe rumführen. Was das hier als Glas schon mal... Weg machen würde, die Möglichkeit. Sehr schade. Aber ich meine, ich könnte auch einen Glasturm hier durchhauen. Aber die Mitte komplett aus Glas machen. Das wäre möglich. Dann würde man trotzdem nicht runterfallen. Das wäre jetzt auch eine coole Idee vielleicht. Normalerweise, aber wie ihr wisst, habe ich ja bei meinen Türmen... Oder die Idee, die ihr gesehen habt bis hier jedenfalls... In meiner Mitte so eine Steinsäule oder sowas, wo halt dann die Wendeltreppe dann hoch geht. Wäre hier dann eben eine entsprechende Glassäule. Und das würde dann bis oben durchziehen und dann würde es auch runterscheinen können. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, tatsächlich. Die Idee... Man kann hier den Himmel trotzdem sehen, obwohl er ganz weit oben ist. Oh, die Himmelweite ändert sich ja nicht, aber egal. Das heißt aber wiederum, ich bräuchte dann... 1, 2, 3... 1, 2... 1, 2, 3... 1... Oh, warte. Und da kommt es nämlich schon mal nicht hin. Weil es mal von rein das falsche Grundgerüst hat. Egal, was ich mache. Es wird kein runder Turm. Es wird irgendwie eher oval werden. Zack. Mal gucken. Zup. Zup, zup. Bum, bum, bum. Zup, zup. Aber was soll ich? Weil ein ovaler Turm ist auch was Neues. Kann ich ja mit leben, absolut. Muss halt nicht mehr ein runder Turm sein, meine Güte. Ja. Es gibt, glaube ich, keine Vorschrift, dass ein Turm rund sein muss. Der wichtige Aspekt davon wäre aber tatsächlich, dass ich jetzt überall hier mein Glas machen könnte. Und das nach oben durchziehen könnte. Da hätte ich hier noch gleich einen Balkon vorne auf diese Reihe, um da rumzugehen. Müsste ich hier noch entsprechend erweitern. Um die Mauer herum, was ja auch kein Problem ist auf beiden Seiten. Da könnte man wunderbar hier rumgehen. Hier wäre der Eingang. Dann gehen wir hier raus. Das wäre ein bisschen eng hier an der Stelle. Aber hier könnte man rumgehen letztendlich. Auch wenn es wieder ein bisschen eng ist an der Stelle. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Oder aber... Dann würde es natürlich noch komischer aussehen. Ich erweiter lasse nur diesen hier. Das wäre, dass sie auch gehen würde, natürlich. Aha. Dann wäre es innen drin nicht ganz so eng. Aber die Form wäre langweiliger auf jeden Fall. Würde eher wie ein Kreis wirken, tatsächlich. Hm. Aber als hier ein Turm raufkommt, ist schon mal gesichert auf jeden Fall. Das wird so geschehen. Uppala. Ich frage es halt nur, in welcher Form genau. Zack. Das sieht auch nicht verkehrt aus, eigentlich, ne? Ich würde mir eben nach innen noch ein bisschen mehr Platz geben. Wenn man hier rauskommt. Das war nicht, dass ich mich eingeschränkt fühle, auf einmal. Dass man hier ein bisschen laufen kann. Das hätte schon was. Der einzige kleine Haken, den ich gerade sehe. Wenn man hier rauskommt. Uppala. Dann wartet man ja eigentlich, nach vorne weggehen zu können. Das geht ja gar nicht, wenn man auf zur Seite. Das ist ein bisschen ein blödes Gefühl. Aber ich kann hier... Ich meine, ich könnte die Leute auch hier hochlaufen lassen. Nicht ganz so offensichtlich für das durchgehende Fuß folgt. Wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, die Idee. Dann würde ich hier eine Steinsäule hinbauen. Das muss ich auch mal ganz kurz ausprobieren. Uppala. Bam, bam. Bam, bam. Ja, gut, klar. Würde es hier hochgehen? Hm. Bin mir nicht sicher. Das engt den offenen Raum. Jetzt ist ja eigentlich ganz schön. Das ziehe mich ein wiederum. Und äh... Steht der Lava-Sache ein bisschen im Wege. Vielleicht finde ich es egal, wenn die Leiter da simpuliert sind. Und das hier frei bleibt. Ah, da ist sie kaputt. War ja mal langsam nötig. Äh... Kit-Tools. Weg, weg, weg. Wenn ein Zombie noch ein Schwert braucht, dann kannst du hier jetzt ein Zombie ein Schwert holen. Oder ein Skelett oder so. Ja. Ich kann hiermit leben auf jeden Fall, wenn das so geht. Es ist halt nämlich ganz so optimal. Ich könnte aber auch... den ganzen Bereich dann später einfach nach vorne machen. Richtig, Tummel auch sehr stark vergrößern. Und sehr viel weniger Tummel machen, vor allem auch. Hm. Ob das jetzt noch gut aussieht von der Form, weiß ich nicht. Und das ist jetzt wirklich erstmal Quatsch. Ich muss jetzt, wenn dann... immer noch... das ja auch noch erweitern. Wobei... Hm. Hm. Ich muss das hier nicht Teil des Turmes machen. Das ist einfach nur ein Eingang. Und dann kann trotzdem der Turm hier losgehen. Das hier wirklich nur das Eingangsportal ist. Der hat einen überragt. Das ist ja auch eine machbare Sache. Ähm. Das ist echt so eine Frage, die gar nicht... Es wirkt simpel irgendwie, aber ist es dann doch nicht. Nun mal gucken, wenn ich das so machen würde, wie das dann aussieht. Aber ich trenne dir dazu, es trotzdem eher doch in dem kleineren Marm zu machen, wie ich es gerade erst hatte. Zack, 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 zack. Das wäre dann der Turm, wie er dann so wäre. Eigentlich auch cool. Das wäre ein bisschen größer. Und umso größer, umso mehr verdeckter auch. Aber andererseits ist es bloß ein Turm und keine Mauer. Das heißt, wenn ich von hier gucke, sehe ich das immer noch von vorne. Was auch nicht ein Problem wäre. Bam, 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 bam. Was mir auch gerade einfällt, wenn ich nachher hier Häuser hinbaue, werden die ja noch zusätzlich zur Mauer eben den Tempel verbergen. Also muss der Tempel erst recht noch ein höher gesetzt werden, um ihn nachher noch sehen zu können. Also er setzt sich auf so einen erhöhten Berg auf den Tempel und so weiter und dann ist es trotzdem noch zu tief. Ich müsste eigentlich jetzt rückblickend den ganzen Tempel irgendwie noch fünf Ebenen oder so nach oben bauen. Also nur direkt von unten nach oben bauen. Und das jetzt vielleicht alles ein bisschen höher machen. Könnte ich theoretisch alles machen mit MC Edit. Das Ding fünf nach oben, fünf nach da versetzen. Entsprechend hier mehr Platz zu haben. Entsprechend aber hier wiederum weniger zu haben. Was aber auch vielleicht hier mitgegangen ist. Wobei, nein, das würde ja bleiben. Das muss trotzdem da hochgehen. Daher würde der Weg auch nicht freier werden, leider. Aber ich lasse es so, wie es ist, denke ich. Das werde ich jetzt nicht weiter groß bearbeiten. Ich werde damit arbeiten, was ich habe und fertig aus. Ich werde die aber irgendwie noch ein bisschen höher machen müssen. Auf langer Sicht gesehen. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Das ist alles Zukunftsmusik. Hm. Mal runterfallen. Das wäre dann der ganze Turm zu, wenn ich das so erweitere. Ist ja fast eigentlich schon ein Vieh-Eck. Was auch ganz cool ist. Ah, die Schweranscheide. Mach ich das so oder so? Ich kann ja umso weiter ich ihn mache, umso mehr muss ich ihn noch nach außen erweitern. Um außen rumlaufen zu können. Was ich auch will, auf jeden Fall. Das soll auf jeden Fall möglich sein. Hm. Hm. Echt eine schwierige Frage. Man glaubt das kaum. Ah. Ich denke, auf jeden Fall, hier werde ich offen lassen. Keine Türen reinbauen. Immer zwei zum rausgehen. Darf ich Türen reinbauen zur Stadtmauer? Aber die beiden werde ich offen lassen. Wobei es schwachsinnig ist, wenn man hier sowieso lang gehen kann. Und dann hier keine Tür ist da vorne, aber schon. Hm. Könnte man auch komplett auflassen. Ich meine jetzt wieso Stadtmauer, wo es die Stadtmauerwache drauf darf und so weiter. Da ja, naja. Ha, 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 ha. Nun ja. Müsst man noch ausdenken, aussuchen, wo ich anfange, die Leiter nach dem Treffer nach oben zu machen. Da ich hier keinen zentralen Zugang habe, wieder bei normalen Türmen, wo entsprechend dann die Treppe auch anfängt, müsst ihr hier, hier, da. Das ist ja dann asymmetrisch, was aber einfach nicht anders zu machen ist. Die Frage ist nur, wo fange ich damit dann an, wie gesagt. Vielleicht kann ich auch so. Hier rauf. Das ist nicht von beiden Seiten spiralfamig nach oben, aber ich glaube, dafür ist zu wenig Platz. Und da der Turm nach oben auch ein bisschen enger werden soll, typischerweise, will das vielleicht auch nicht so die geile Idee. Wie sieht mein Turm da nicht aus, nochmal so im Detail? Dam, dam, da, da, da. Da habe ich auch so ein Ding jetzt da oben drauf. Ja, ja. Und hier wird auch Spitzzulauf in der... Oh, die wenig da gemacht wurde vorhin. Ich weiß ja genau, also, wenn ich daran zurückdenke, wie ich damit angefangen habe, wie klein und, ähm, naja, eindimensional ist ja alles gedacht war, weil es eben nur so ein kleines, kleiner Bereich war und jetzt ist das hier alles da und es wird alles so viel pompöser als das da drüben. Und das soll ja eigentlich auch noch wachsen. Oh, Mann. Minecraft ist schon ein faszinierendes Spiel. Ich habe es ja gesagt, da sind noch drei Türme so da rauf, ne? Der ist da, da soll einer hin. Und dann zum anderen Ende soll auch noch einer hin. Das Maskottchen hier ist ja zum Glück auch schon so eine Art Turmersatz, also als monumentales Gebäude quasi. Alles da ist in der Wirkung auch schon entfaltet, also es passt perfekt. Ich muss aber auch endlich mal fertig gemacht werden. Aha, naja, 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 egal, jedenfalls, ähm, bringt mich das Ganze zu diesem Problem mir immer noch nicht. Ne, ja, zumindest der Lösung nicht. Das Problem schon, ha. Aber ich denke, so habe ich jeweils genug Platz hier drinnen zum Rumlaufen, was ich ganz gut finde. Und Matt halt nach außen, das kann ich so arbeiten, bis hier habe ich mich halt freigelassen. Also, ich meine, auch wenn nicht, kann ich es trotzdem machen, so ist es ja nicht, aber ich kann noch wunderbar nur mal weiter, um da halt hinzugehen. Alles kein Problem. Hm. Würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, ja, dann mache ich den Turm so auf dieser Ebene. Aber ich gucke da mal ganz kurz, was wäre, wenn ich das wieder wegnehme. Und da den Turm mache. Wollen wir es noch zuhalten. Ah, es wäre dieses ovale Ei eben. Ne, ich glaube dann auch lieber diese Form von eben gerade als so. Das heißt, das hier wird aber nur ein Eingang, das wird auch tatsächlich ein Teil des Turms werden. Na ja, toll. Day. Day. Das ist so ein tatsächlicher Teil des Turms werden, würde ich sagen. Jawohl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ich mir wieder alles vornehme, ne? Aber, ich meine, die Türme gehören zu seiner Stadt noch irgendwie dazu. Das hätte ich bei meiner alten Stadt ja auch nicht gemacht, irgendwie. Aber, ich denke schon, das wäre sinnig und irgendwie durchaus plausibel so zu machen. So, die Frage auch, da baue ich hier noch was ran. Das Beispiel halt sowas. Wobei das jetzt gerade noch gar nicht gemacht werden sollte im Rat zu einem, weil ich finde, dass da noch weiter drauflaufen kann. Das heißt, das sollte jetzt noch gar nicht getan werden, erst wenn ich da fertig bin irgendwie. Also erst oben weiterbauen, dann hier weitergucken. Weil gerade ist das ja alles noch gar nicht final, die Ebene. Likurieren sollte ich da noch tatsächlich eher weniger. Ja. Ich lebe eben zurück. Und bin nochmal ein bisschen Glas holen. Immer normales Glas dafür. Da, 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 da. Ah, hakt doch nicht so. Beim Glas jetzt ist das ganz fatal. Da, da, na. So, dort ebenfalls. So. Sag mal, hier ist das Problemchen, dass es dann ein bisschen merkwürdig aussieht wieder. So. Dum, 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 dum. Und da kommt auch ein bisschen was. Hm. So. So. Das wird doch eigentlich ganz cool. Das da könnte man so eine Treppe machen. Ich bin noch dabei, jawohl. Ah. So. So. Ja. Irgendwie kommt das hin. Wird schon. Na. Also es ist wirklich eine merkwürdige Form letztendlich hier. Aber da wird keiner so genau hingucken. Es ist, wenn ich es cool ist, dass es einfach nicht durchkommt. Wobei das liegt letztendlich auch sehr stark begrenzt sein wird, wenn das durch die ganzen Wände und so weiter dann doch nicht so zu sehen sein wird. Aber ich finde die Idee einfach cool, dass man von oben nach unten durchgucken kann irgendwie. Vor allem, weil es ein größerer Turm werden soll. Und ich frage es auch, wie groß er werden soll tatsächlich. So, ob es bis hier so bestimmt, ne. Würde ich durchaus sagen. Also. Das war ungefähr so. Die Ecke von. Vom Tempel da auch erreicht. Das Ding soll da schon drin sein. Wobei es schon bald höher als das da ist. Tatsächlich höher. In Relation gesehen. Natürlich aber irgendwie tiefer, weil das ja höher gesetzt ist durch den Berg. Und weil dann bis hier so. Fast auf einer Ebene mit dem. Eher auch mit dem da. Ja, das ist halt ein größer. Aber das ist ja auch kein Turm. Das ist halt eine Burg. Das sieht man ja. Das ist zwar Türmchen, aber halt kein Turm. Mein Turm sieht da hinten. Der ist halt ungefähr. Ja, vielleicht zwei, dreimal so hoch wie das Ding ist hier. Wie ein Türmchen hier meine ich und so weiter. Das ist halt ein richtiger Turm. Nicht so wie das hier. Daher passt das dann schon. Wobei so hoch ist auch gar nicht mal, wenn ich das so vergleiche. Eher doppelt. Also dreifach kraft keinen Fall. Doch eher knapp doppelt sogar bloß. Na ja, aber höher wird der auch nicht werden da drüben. Ist der. Auf keinen Fall eher tiefer. Ja, aber dann ist das in Ordnung. Dam, 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 dam. Aber ich denke, mit dieser Idee werde ich das Ganze für heute sein lassen. Und dann sehen wir uns dem Nashed wieder. Nachdem Batman abgelaufen ist. Haha. Oder wir haben uns erst in dieser Folge nach Batman gesehen. Zum ersten Mal wieder. Kann auch sein. Und dann habe ich auch Zeit hier die nächste Aufnahme zu machen, um das hier weiter zu führen. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, liebe Leute. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns. Ciao.